8 Schüsse Einer weg Zwei weg Sehr gut Jetzt bewegt er sich, ok Habe ich ihn zerstört? Ja, habe ich Ok, der bewegt sich auch erst jetzt Der muss weg Nein, verfehlt Scheiße Der bewegt sich ziemlich viel Also ziemlich stark eben Hinten dran hier seht ihr noch Jäger Gut, haben wir gekriegt Fuck Einen Schuss, Alter So, jetzt machen wir eine im Lauf Der nächste Schuss muss ein Heller werden Gut Hammer gemacht Hast du mich gefunden? Geil Dann bin ich Dann bin ich ja jetzt wirklich aufgeschmissen Dann komm mal her Dann zeig ich dir mal, wie aufgeschmissen aussieht Boom Lol Der ist nicht gestorben Weg 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 Vielen Dank Den kann ich sehr gut gebrauchen Und zwar Und zwar Und zwar Boom Boom So Lol Ein unsichtbarer Ein unsichtbarer Da Alter Da sind noch so mega viele Zwei Schüsse haben wir Uiuiui Leute, Leute Das ist echt nicht einfach Das ist echt nicht einfach Du frisst auf jeden Fall jetzt richtig geil Nadelwerfermonie Jetzt immer Alter Der ist ihm entkommen Dumme Friss Nein Ich bin die Waffe vergessen Dieser Schild von denen nervt noch mega mäßig Okay Dann Nochmal 60 Muni Sehr, sehr schön Gucken wir mal In die Richtung Wie war das nochmal? Wir rapen jetzt aber von der Seite Wow, da steht auch einer hin Überall noch Sachen zum Schutz, Alter Das ist sehr, sehr ungeil Ja, da kommt mir sehr viel entgegen Was ich nicht mag Darunter der hier, der jetzt aber weg ist Alter So, Schildtücken weniger Jäger Ein Jäger Viel Muni haben wir auch nicht Ähm Nicht mehr Da schießt der grad schnell So Einer weniger Den hinten habe ich womöglich mit der Granate getötet Den goldenen Den güldenen Gegner Ich glaube, wir wollen es gar nicht riskieren Wir steigen einfach direkt ein und verpissen uns mit dem Ding Weg hier Puh War kein einfacher Kampf Aber wir haben es gemeistert Kontrollpunkt Oh, das ist sehr, sehr freundlich vom Spiel Das ist richtig asozial Daumenecke rum Oh Na, wir sind zu hoch Oh Freunde Freunde und Verwandte Gut Weniger Verwandte Ja, die kassieren auch nur zwei Schüsse und sind so tot So, Verwirrungstechnik Alpha eingesetzt Und wir haben ihn geholt, Alter So So Keine Ahnung was davor war Wie er gestorben ist Aber er ist tot Na Eine Schrotze Das heißt dann so viel wie Zombies werden kommen Gefällt mir nicht so Eine Tubewaffe Das heißt wir brauchen Tubewaffe Aber wofür brauchen wir so viel Money? Mhm Das ist die knifflige Frage des Tages Kontrollpunkt Wunderbärchen Es bleibt alles super Gerade jetzt Ah Die haben ein Schild Verfickter Mongo, Alter Ist ja scheiß Illuminati Da lebt die verkackte Drohne noch Hier am Arsch Läuft von da Alter Nein So knapp Nein Okay Wir wissen schon was uns erwartet Drohnen Mit Schild Wir achten auf unsere Kackten Schild Dass unser Leben nicht angegriffen wird Laden auch schön nach Aua Mein Leben geht immer wieder Komm schon Ja Beide weg Ja man So Keine Tube Money mehr Egal Rein hier Letztes Ziel neutralisiert Nicht sieh weg hier Keine Gegner Ja Ah das ist gut Nichts wie ins Taxi und zum Käpt'n Nein das dauert zu lang Also was sonst Es gibt doch das Teleporter Netz Mit ihm bewegt sich der Illuminat zu schnell voran Im Kontrollzentrum habe ich gesehen wie man reinkommt Leider verbraucht jeder Sprung ein beträchtliches Maß an Energie Ich habe ein Gefühl das mir gar nicht gefällt Aber ich bin sicher dass ich die ohne zu große Schäden aus ihrem Anzug kriege Es muss beim ersten Versuch klappen Los Yay Das Netz der Allianz ist ein einziges Chaos Wenn ich richtig verstehe Hat ihre Führung allen Schiffen befohlen Halo zu verlassen Als die Flut entdeckt wurden Aber es war zu spät Die Flut haben den Kreuzer überrollt und außer Gefecht gesetzt Man fürchtet jetzt dass sie das Schiff reparieren um Halo zu verlassen Sie haben ein Team geschickt um die Flut zu neutralisieren Und das Schiff zum Start fertig zu machen Ich kann Captain Key Signal jetzt klar empfangen Er lebt und die Implantate sind intakt Die Funkverbindung wird durch den Schaden am Reaktor des Kreuzers gestört Ich bring uns näher ran So wir sind im Schiff Ich will sich ja ein Chief Begehen Sie keine Dummheit Lassen Sie mich Captain 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 Ich hab ihn verloren Scheint wohl eine Pimmelparty zu sein Also ich wollte grad sagen Einige von euch dachten bestimmt jetzt Ja Jetzt kommt hier Folgenende Aber no Sir Heute Heute zocke ich das Spiel einfach mal durch Weil ich hab Bock hab Wuhu Boom Hat nicht weh getan Hat nicht weh getan Ganz ganz klein wenig kratzt an meinem Leben So Wir sind jetzt im kaputten Schiff Schadensanalyse Dieses Loch wurde durch Sprengstoff verursacht Starken Sprengstoff Immerhin hat er die Hülle aufgerissen Da unten sehe ich nichts außer Sehen von Kühlmittel Wir sollten woanders weitersuchen Pille Palle Achtung Gefahrenstufe erhöht sich Wieso das denn Oh Boom Ich wollte schon immer mal in Kühlmittel springen Chief What? Na toll Egal springen wir aber mal Durcheinander Keine Ahnung was ich mich angreifen soll Wir müssen hier raus und einen anderen Weg zurück an Bord finden Ich peile nicht wo der mich angreift Wir müssen hier raus und einen anderen Weg zurück an Bord finden Ist ein kühlen Kopfbewahren ein schlechtes Wortspiel für diesen Moment Weil wegen Kühlmittel und so ne Wuhu Aua 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 Lass das Das tat weh So kurz vercampen Heilen Gut Junge Wir müssen zusammenhalten Okay Du kriegst auf die Fresse Ich nehme deine Waffe Danke Mann Gut dass du mir hilfst Freiwillig Ähm Das ist so fucking asozial Boom Ich warte einfach mal Alter Gib mir nicht so krass Junge Gib mir nicht so krass Junge Bei meiner Lebensanzeige Alter Da muss ich echt alle töten Ich hab auch fast keine Muni mehr Ah Ja Schieß halt ey Lappen Richtiger Lappen Weg mit dem Weg mit dem Weg mit dem Und Ja gut sind schon weg Seit einer Weile Egal 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 Piu 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 Hinter mir Freunde Na von wo Doch von vorne Immer frontal Alter Hart eklig Für den Sami Ausgelöscht Ich sehe nicht so mega gut Aber das ist okay Nee Der von Oma runtergepulmst Wir sollten hier lang Richtung Gravitationslift Oh Ich kann die Kleine auch nicht töten Weil das Fuck Der Absturz hat mehr Schaden angerichtet als ich dachte Analyse Erheblicher Kühlmittelaustritt Die Reaktoren haben wahrscheinlich schon den kritischen Zustand erreicht Das ist ein Scherz Alter warum greift ihr mich an Ich bin ein Kumpel Der Absturz hat mehr Schaden angerichtet als ich dachte Analyse Erheblicher Kühlmittelaustritt Die Reaktoren haben wahrscheinlich schon den kritischen Zustand erreicht Wir gucken einfach mal zu Ja nämlich ganz praktisch wenn die das nicht Dann geht die direkt auf mich hey Das ist doch ein Scherz hey Der Absturz hat mehr Schaden angerichtet als ich dachte Analyse Erheblicher Kühlmittelaustritt Die Reaktoren haben wahrscheinlich schon den kritischen Zustand erreicht Alter Wichser alter Umringt von Zombies und so weiter und so fort ne Nee nee aber Zeit finden wir mich noch einmal anzugreifen Alter wie die Dinger rumfliegen Komm mach hin ne Kleine Zombies tötet die Ja Na Komm schon Da geht's rein Doch Komm schon Das ist doch wie die Dinger rumfliegen Auch wenn die da ist Die Dinger rumfliegen Ja so Ficker Junge, richtiger Ficker das gesehen bringt nichts also tun wir es auch nicht und wir müssen da eh in die Suppe rein da waren wohl noch welche von den Plumps Dingern übrig wir gehen aber mal weiter weg mit euch weg mit euch ihr kriegt mich nie die kleinen auf die kann ich scheißen machen wir einen kleinen Friedhof mit den Gegnern da treffe ich nicht weg mit denen Moni steigen wir gar noch mal auf unser hohes Cross Alter Aua kommen sie gleich wieder wenn ich nicht mehr drauf bin da richtige Ficker ich glaube ich muss unten lagen ich glaube ich muss unten lagen weg guck mal wieder zu ok ok dann werden wir jetzt auf mit zugucken Alter ich sehe nichts ich sehe nichts ach ja wir haben noch genug Moni Energiequelle Energiequelle geortet dort ist der Gravitationslift er funktioniert noch damit kommen wir wieder rein wo wird hat er von wo schief gelaufen ganz ganz leicht und die stelle und die stelle müssen wir auch nochmal machen hm war diesmal einfacher wissen jetzt scheiße alter ist verdient alter die da oben auch energiequelle geortet dort ist der gravitationslift er funktioniert noch damit kommen wir wieder rein man hat nuns darf es ist all about the grenade alter um jetzt schon weh junge müsste jetzt eigentlich frei von gegnern sein so wie ich da reingeballert habe das ist ein scherz alter im letzten moment ich bin ein gegner und ich töte dich warte alter war das fix hinter mir weg mit dir so gut geworfen alle probleme für liegen von der klippe energiequelle geortet dort ist der gravitationslift er funktioniert noch weg mit einem hermit kommen wir wieder rein kleinen drecks die falsche richtung toll ein weniger abpiss dich alter weg mit den füchern weg mit keiner braucht die so jetzt habe ich aber alle weg egal was ihr macht ich verpiss mich von hier aus dürfen wir in die steuerzentrale des schiffs gelangen nicht nur dürften werden wir das letzte allianz ist ein chaos ich kann nicht auf die pläne des schiffs zugreifen laut meinen aufzeichnungen müsste sich hier ein hangar befinden ein hangar hangar games war der schlecht da ist ein hangar in den ecken sehen sie die flut sammelt dort körper nur die versuchung alleine nicht nicht nein nicht mit ja da von allen seiten habe ich ein problem der allianz ist ein chaos ich kann nicht auf die pläne des schiffs zugreifen laut meinen aufzeichnungen müsste sich hier ein hangar befinden also zwar wieder neu von vorne in den ecken sehen sie die flut sammelt dort körper lecker ja snacks zwei moni verbraucht und shit das heißt weil die ganzen ficker kommen die 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 Vielen Dank.